So, da bin ich auch wieder zurück und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und wundert euch nicht wegen dem Skin, aber den hatte ich schon vorher, der kam heute wieder neu rein und zwar für 7,99€ mit dem Skin, dem Rückenaccessoire und natürlich noch 1000 V-Bucks. Die 1000 V-Bucks bekommt ihr nicht direkt, denn die müsst ihr über Missionen freischalten, aber das ist ganz simpel. So, das war es erstmal dazu, dann natürlich begrüße ich alle neuen Abonnenten, denn einige von euch habt es ja bestimmt mitbekommen, der Shop bzw. die Shop-Videos, Emotes kamen gut an anscheinend bzw. wurden oft gesucht, also grüße erstmal an alle neuen Abonnenten und dann würde ich sagen, quatsch, machen wir nicht so viel, gehen wir direkt herein in den Shop, denn wir sehen es oben rechts. Schleuderaffe, dein Skin ist da. Denk dran, ich habe die Skins ja schon geleakt, also hier das Prinzessin-Felicity-Paket ist jetzt drin, ich finde diesen Skin so hässlich. Also Respekt wirklich an jeden Einzelnen, der sich diesen Skin kauft und wenn ihr euch den kauft, dann natürlich gerne, ihr wisst es ja, wenn ich mal jetzt meinen Creator-Code bekäme, mit meinem Creator-Code yt-familyag, Grüße gehen auch da an jeden Einzelnen raus. So, was haben wir in dem Paket mit drin? Einmal den Skin, dann natürlich haben wir den in zwei Varianten, weil der Eimer reicht ja nicht. Des Weiteren das Rücken-Accessoire, die Pickaxe. Okay, und natürlich noch diese wunderschöne Tarnung, also wirklich Respekt an jeden, der sie sich kauft, verkauft. So, dann haben wir Fischstäbchen normal drin, habe ich natürlich auch, was heißt habe ich natürlich, aber ich finde den Skin einfach lustig. Fisch allgemein ist ein schöner Skin, lässt sich auch schön mitspielen, ist auch wieder drin für 1200 Biwax. Dann die fliegenden Korallen, dann Stiefelstange, ah, warte mal zu dem Kleiter, muss man sagen, hört genau hin. Er hört mir jetzt nicht so wirklich in der Musik, ah, jetzt. Also wenn der Kleiter ausgeklappt ist, kommt genau diese Musik, jeder kennt sie. Okay, dann haben wir drin, frische Fische, wurde mir auch geschenkt, Grüße gehen auch da raus, also ich sage, gefühlt der halbe Schock ist geschenkt. Dann, ihr wisst ja, Grüße nochmal an Moritz, da wird noch was kommen. So, Klitschig ist ebenfalls drin. Und dann Fischgesicht, auch eine nice Tarnung irgendwie. Also das ist mal eine Tarnung, die wirklich ganz gut, die ist gut. Und die schönen Krell, Fischi, passt. Dann haben wir noch die geschuckte Variante, Gott, wie viele Lackierungen sind denn heute drin. So, dann haben wir aber das Atlantis Fischstäbchen drin, den habe ich ausnahmsweise mal nicht. Aber der ist auch nice, also ist wirklich auch eine der schöneren Varianten. Dann haben wir noch drin Fischstäbchen Pickaxe. Und das Schlachtenstäbchen, auch in meinem Besitz. Eieiei, dann haben wir Blasenkramo und Flobber auch wieder zurück. Und Scampi. So, das war das. Dann, heute ist alles fischisch. Sehstern auch wieder zurück mit passendem Rücken aus. Das war, finde ich persönlich, doch ein schöner Skin. Ich glaube, ich habe damals gesagt, hey, nee, nicht so. So, dann haben wir drin Muschelhacke. Habe ich da überhaupt schon Fisch-Fisch-Videos gemacht? Weil so bekannt kommt mir der Skin nicht vor. Und dann haben wir die Qualle mit drin. Okay, das ist, der eine oder andere finde es, glaube ich, eklig. Dann die Maki-Meisterin ist wieder drin. In natürlichen zwei Stilen. Ja, zwei Stile hat der Skin. Aber vor allem, er ist wieder drin. Der Sushi-Meister. War lange nicht mehr da, aber jetzt natürlich wieder zurück im Shop. Dann die Filet-Hacke ist dabei. Dann fliegender Fisch. Schöner OG-Gleiter. So, was haben wir noch drin? Agent des Chaos ist auch wieder zurück. Habe ich mir damals auch geholt. Also, der Skin ist wirklich nice. Den gibt es aber in zwei Varianten. Weil einmal mit Maske, einmal ohne. Weil ich gerade nicht wirklich rum bin. Und bei dem ohne Maske liegt diese Materie von ihm so ein bisschen weg. Dann haben wir die Chaos-Dense mit drin. Dann schwarzer Schleim. Und Victoria Seed haben wir drin. Mit zwei Verschiedenen Stilen. Einmal ohne Mütze. Sag mal Mütze. Ne, gut. Ich sag jetzt, es ist noch früh morgens. Dann haben wir Flock und Stalker drin. Ja, ist halt so ein bisschen an Blade angestrieben. Dann haben wir Killer-Hauftrag mit passendem Rücken. Das ist wahr. Auch ein ganz verrückter Skin. Dann Schusslinie. Schießbude. Gott, ey, wie viel ist denn noch drin? So, dann haben wir noch drin. Bullseye ist wieder drin. Für 800 Vivax. Schöner OG-Skin. Und inzwischen drei Varianten. Dann haben wir die Schimmer-Spezialisten drin. Ja, da ist wieder Geschmackssache. Dann ist Zeit zu tanzen. Smith. Rückpaddler. Und seht her. Auch ein schönes Emote. Dann haben wir natürlich Horizon Zero Paket komplett drin. Dann das Brie Larson's Spint Paket ist auch noch drin mit beiden Emotes. Dann haben wir das letzte Lacher Paket, was aber wieder teurer ist. Dann das Spitzhafen Paket und das Anime-Legenden Paket. Und so, ich gehe ganz schnell gucken. Haben wir heute wenigstens mal V-Bucks drin? Oh, heute haben wir 30 V-Bucks drin in Rette die Welt. Und zwar auf Level 34. So, das soll es aber jetzt mal gewesen sein mit dem Shop-Video. Sechs Minuten schon. Ich sage, heute war ziemlich viel drin. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon schönen Sonntag und haut rein.